Herzlich Willkommen zum Neumondhoroskop für das Monat April und da haben wir einen spannenden Neumond im Widder. Grundsätzlich kann man ja den Neumond, vielleicht hast du mein Video gesehen, Neumond im Wassermann vom letzten Monat, kann man ja immer sagen, der Mond wandert grundsätzlich ein Sternzeichen oder einen Archetypus weiter und bildet dadurch neue Energien. Neumond ist ein Neuanfang und so kann man auch vom Neumondhoroskop in etwa mal so mondane Energien ableiten, die sich generell mal manifestieren dieses Monat und da möchte ich jetzt gleich mal mit dir reinschauen und vielleicht kannst du dir ein paar Impulse mitnehmen, was dieses Monat auf dich zukommt. Grundsätzlich ist ja der Widder so dieser Impulsgeber, also Widder ist ja Neubeginn, ist dieses Frühlingszeichen, das heißt da geht es um Neuanfang, neue Impulse setzen, frische Energie kommt rein in die ganzen Dinge und es wird richtig Fahrt aufgenommen und man leistet Pionierarbeit in dieser Energie. Das Prinzip vom Widder ist ja, das bewegliche Prinzip ist der Mars, also dieser kriegerische Gott, dieser sehr energisch dynamische, feurige Gott und diese Energie, in dieser Energie wird quasi unser Mond jetzt neu geboren unter Anführungszeichen und jetzt schauen wir uns das gleich mal an, was das jetzt für dich persönlich auch astrologisch bedeutet, wenn diese Energie, diese mondische Energie, das heißt das ist eine sehr weiche, sehr sensible Energie, unser Empfinden, unser Fühlen auch, wenn das jetzt in dieses feurige Zeichen tritt. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn der Mond jetzt hier so im Widder drinnen ist, kommen da einige Faktoren zusammen. Ich habe schon erwähnt, der Mond ist ja, das ist da unten so dieses blaue Kipferl in diesem roten V mit Stängel, sage ich mal, im Widder. Also das siehst du da jetzt so eher so links unten auf deinem Bildschirm. Und wenn jetzt diese Energien zusammenkommen, dann kann das zuerst einmal natürlich diese Impulskraft, dieses neue, auf zu neuen Ufern, das ist natürlich was, was den Mond ziemlich stresst und ziemlich unter Druck setzt auch. Denn wenn du dir das jetzt anschaust, also der Mond will ja Ruhe, der will fühlen, der will heim, der will was Gewohntes auch um sich haben, dass er sich entfalten kann. Und da hat er im Widder natürlich ziemlichen Stress. Und das ist natürlich dann auch, mundan betrachtet, eine Energie, wo ich sage, da werde ich eher unruhiger oder bin vielleicht nervöser. Leute, die mit Ängsten zu tun haben, kann es sein, dass die ein bisschen stärker so diese Angst spüren oder diese Unsicherheit, Unruhe spüren. Kann auch zusammenhängen, dass man in dieser Zeit jetzt, dieses Monat, ein bisschen schwerer schläft, schlechter schläft. Also da nicht wundern, weil das eine sehr aufgeladene Energie ist, einfach in diesem Widderzeichen. Ja, was kommt noch dazu? Das Ganze wird noch ein bisschen unterstützt, auch von der Energie vom Mars. Das steht da so, da wo die 4 ist, vergiss mal die Häuser, aber da wo die 4 ist, der wirkt da auch noch mit ein, mit einem Sextil. Also auch noch einmal dieses, komm, machen wir was Neues, komm, gehen wir in die Kraft, gehen wir in das Tun, starten wir neue Projekte rein. Also da ist schon dieser Impuls sehr groß. Und jetzt kommt leider das große Aber. Und dieses große Aber kommt in Form von Pluto. Und dieser Pluto, dieser Kerl, der sitzt ja immer noch im Steinbock. Ich habe schon öfter auf diesem Kanal über den Pluto gesprochen. Und der sitzt eben da im Steinbock drinnen und drückt auf diesen Mond. Der hat dann einen Quadratabstand zu diesem Mond. Und Pluto-Mond, das ist jetzt auch so, ja, das ist auf der einen Seite schon dieser Impuls, ich möchte mal mich auf etwas festlegen, ich möchte ein Ideal haben, auf der einen Seite. Aber der bremst auch diese ganze Dynamik runter. Der dämpft diese Dynamik runter. Diese ganze Energie vom Mond, dieser Neubeginn, Neustart, neuer Aufbruch, der wird durch diesen Pluto runtergedämpft. Und da kann es dann zu brodeln beginnen. Das heißt, man wird vielleicht unzufriedener, man wird vielleicht noch unruhiger werden in dieser Phase. Also das ist da durchaus, durchaus möglich. Was da jetzt noch dazu kommt, also wie ich es interpretieren würde, ist jetzt einfach, dass dieses Frühlingserwachen einfach noch gedämpft stattfindet. Und was heißt das für dich jetzt ganz konkret? Ich glaube nicht, dass wir im Außen recht viel Lockerungen erfahren werden. Ich habe den Pluto auch im Steinbock als Schändung des Rechtssystems immer wieder mal dargestellt. Und ich glaube nicht, dass eben diese Erleichterungen kommen werden oder dass etwas recht viel offener wird. Auch von den Restriktionen jetzt natürlich, auch von dieser Krise aus gesehen. Also was bedeutet das? Jetzt haben wir diese Neuanfangsenergie, wir haben diese Unruhe in uns, aber die kann sich noch nicht richtig kanalisieren. Und da geht es jetzt darum, die Message für dich, würde ich jetzt mal sagen, ist, finde neue Perspektiven für dich und fixiere dich nicht nur auf ein Ziel oder eine Möglichkeit. Mir geht es nur gut, wenn, keine Ahnung, das Gasthaus aufsperrt. Das wäre eine, da alles quasi auf eine Karte setzen und das ist nicht ideal in dieser Zeit. Ich würde empfehlen, lass dir möglichst viele Möglichkeiten offen für dich. Schau, dass du flexibel bleibst und dass du sehr wohl neue Projekte startest, aber starte mehrere parallel und manche werden dann wahrscheinlich wegfallen, aber dann hast du immer noch Energie in anderen Dingen drinnen. Also normalerweise sage ich immer, fokussiere dich auf was und bündle das, aber in dieser Energie, gerade dieses Monat geht es mir darum, dass ich sage, fang dir mehr Sachen an, lies von mir aus drei Bücher parallel zum Beispiel jetzt und wenn dir eins nicht gefällt, fällt das einfach weg und es bleibt was anderes übrig. Das heißt, das ist wirklich eine gute Zeit, sich nicht nur auf eines zu fixieren, weil du dann in dir selber, in deinem Wesen flexibler bleibst und vom Außen her, von dem gesellschaftlichen her, kommt noch mehr oder bleibt diese Restriktion bestehen. Das heißt, da wird sich nicht viel ändern. Und das, bevor das eben zu einer Unruhe kumuliert und mehr Unzufriedenheit, weil Unzufriedenheit ist so oder so ungesund, rate ich dir, starte für dich in deinem Rahmen neue Dinge, brich zu neuen Ufern auf und schau, dass du da offen bleibst. Diese ganze Konstellation und Komponente hat natürlich auch mit diesen Venus- und Mars-Aspekten auch noch eine gewisse so partnerschaftliche Sache, also wo ich auch sage, in Beziehungen schau, dass du was Neues startest, schau, dass du neue Ziele in deiner Beziehung auch findest oder neue Ziele definierst, neue Projekte angehst. Das ist dann eine gute Zeit auf jeden Fall. Oder auch eine neue Zielsetzung einfach einmal reinbringst, was jetzt generell die Werte deiner Beziehung auch angeht. Also das wäre auch so eine Idee, die da mit reinspielen kann. Und ja, so schaut es jetzt mal aus. Das bleibt bitte nicht die ganze Zeit und das ist jetzt ganz wichtig auch zu sagen. Also bitte nicht verzagen. Das bleibt jetzt ein Monat mal so von der Energie. Das nächste Monat schaut schon ganz anders aus. Da informiere ich dich dann eh auch wieder auf diesem Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Wenn dich Themen interessieren, auch aus der Astrologie, weil du merkst ja vielleicht, ich habe da ein größeres Feld, weil ich mich seit über 25 Jahren mit allen Themen der Mystik, der Esoterik beschäftige. Das heißt, ich habe da ein relativ großes Feld. Wenn dich da was interessiert, schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich mache gerne mal ein Video darüber. Ansonsten gibt es in einem Monat wieder das neue Astro-Video dazu. Und die sind so gedacht, dass sie dich ein bisschen so über diese Zeit bringen. Ein bisschen so durch diese sehr angespannte Zeit, wo du dir immer so einen kleinen Impuls vielleicht mitnehmen kannst. Ich bin Oliver Erany aus dem wundervollen Linz. Du kannst natürlich gerne den Kanal abonnieren. Du kannst gerne auch einen persönlichen Beratungstermin mit mir vereinbaren. Das geht super über Zoom oder auch telefonisch, gerade im Astrologischen und sonst auch im Energetischen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wir sehen uns wieder. Mach es gut, alles Gute, eine gute Zeit, einen wundervollen Frühling noch. Dein Oliver Erany, Mediale Energetiker. Tschüss. Dein Oliver Erany, Mediale 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 Erany, Untertitelung des ZDF, 2020